man hat mich hier mitten auf dem feld ausgesetzt um für euch ein video zu produzieren ist ja auch nicht schlimm ohne essen ohne trinken bis das video fertig ist dann holt man mich ab warum auch nicht gut an dieser stelle natürlich nd filter für die dj neo mittlerweile gibt es schon ein paar verfügbar bei amazon und natürlich auch bei anderen herstellern und wir gucken uns heute mal an ob man das bild der dj neo vielleicht ein bisschen verbessern kann mit nd filtern und ich wünsche euch wie immer viel spaß beim anschauen wenn du solche videos noch öfter sehen möchtest gibt den kanal ein abo und dem video ein like wenn sie gefällt ich sage vielen dank dafür die gute nachricht ist natürlich dass dj schon die bildqualität hier bei der dj neo per update etwas verbessert hat wer sich da immer die aktuellen updates zieht der wird festgestellt haben dass schon mal ein bisschen mehr kontrast drin ist aber da ist natürlich immer noch die digitale schärfe drin und das ist immer das problem das sieht immer aus wie ein handy video und die digitale schärfe kannst du ein bisschen reduzieren wenn du per steuerung die dj neo betreibst und zwar dann in deinen kameraeinstellungen einfach auf minus zwei stellen bei der schärfe und dann bist du schon mal auf der guten seite und jetzt schauen wir uns mal an wie das so funktioniert dass man vielleicht noch mal einige bild einstellungen vorab natürlich im grading in der software egal ob davinci oder final cut pro oder adobe premiere kannst du das natürlich immer noch im nachhinein bearbeiten aber wer will denn immer viel zeit verschwenden vielleicht kriegt man hier mit nd filtern auch schon eine ganz gute bildqualität raus und das probieren wir jetzt mal das ganze sind jetzt nd filter der firma skyrie die habe ich mir selber gekauft die habe ich mir nicht sponsern lassen oder irgendwelche anderen dinge gemacht das sind die einzigen die momentan bei amazon so ein bisschen verfügbar sind verpackungs inhalte natürlich die filter angefangen vom 8 16 32 64 und ein uv filter mit dabei und hier oben ist natürlich der kranz den du hier an deine dj neo anbauen muss der magnetisch ist so dass die filter halten machen wir das ganze mal nackt die kappe erstmal die schutzkappe erstmal abnehmen bin gespannt ob die schutzkappe nachher wieder rauf geht auf die dj neo wenn jetzt sozusagen hier diese kleine filter magnet halterung mit drauf ist und die ziehst du hier einfach relativ normal aus der verpackung raus ist natürlich ein bisschen kompliziert mit großen finger so und hier sind natürlich dann die magnet kappen mit diesem doppelseitigen klebeband drin insgesamt sind es zwei an der zahl hier ist noch eine reserve mit drin und hier musst du natürlich dann die folien erstmal abziehen um dann sozusagen die kappe hier direkt auf die drohne zu kleben so hier siehst du natürlich dann die kamera der dj neo und oben und unten sind zwei so eine kleinen pupsels und hier musst du dann mit ein bisschen gefühl seine magnet kappe an kleben nicht so doll drücken sonst ist der gimbel weg so ungefähr also hast du hier sozusagen dann die magnet kappe angeklebt und jetzt probier mal die filter rauf zu machen müsste alles magnetisch funktionieren und geht auch super also hält natürlich hier sehr schön ist natürlich wieder ein fingerabdruck schon drauf von mir und jetzt will ich noch mal probieren ob dann auch noch die schutzkappe rauf passt für den gimbel und das geht also ihr könnt da sozusagen bei der marke jetzt sicher sein dass er hier direkt die schutzkappe noch aufbringen könnt bei manchen filtern geht das nicht da ist dann der filter zu groß beziehungsweise hier die magnet kappe aber da haben die ganz gut überlegt also die schutzkappe kannst du ganz einfach entspannt wieder abmachen und natürlich dann auch den filter aufsetzen je nachdem was du brauchst es funktioniert schon mal also hier haben wir schon mal gute karten dass das alles einigermaßen vernünftig überlegt wurde und der filter hält auch jetzt sozusagen hier sie sind jetzt so angelegt dass es sozusagen hier mit dem gimbel funktioniert dass der sich noch drehen kann und das finde ich schon mal super also hier wurde wirklich ein bisschen nachgedacht und du kannst die filter auch optimal einsetzen und dann natürlich hier wieder der in der schutzkappe aufbringen kurze erklärung der nd filter nd filter sind die sonnenbrille für dein objektiv ganz einfach hier ist eine feste blende drin von 28 in der dji neo und die kannst du natürlich nicht verstellen was bedeutet du würdest wenn du die augen benutzen würdest anstatt dem objektiv immer die augen weit aufziehen und dann natürlich versuchen viel licht rein zu lassen kommt dann die sonnenbrille ins spiel kannst du die augen hinter der sonnenbrille egal was für eine stärke relativ groß aufziehen und es kommt immer noch viel licht rein und natürlich auch informationen und auch ein bisschen mehr kontrast so erklärt man eigentlich relativ schnell die nd filter und das passiert natürlich auch bei der kamera der drohne erstmal ganz wichtig von auto auf pro umstellen damit du hier dann deine einstellung selber regeln kannst und wenn du dann von auto auf pro umgestellt hast hast du natürlich hier verschiedene dinge die du einstellen kannst im controller das ist einmal die iso dann ist es natürlich hier der shutterspeed und die beiden dinge interessieren uns natürlich für die nd filtern weil du kannst natürlich dann die iso noch etwas höher setzen oder etwas niedriger in dem fall natürlich bei starkem sonnenlicht etwas niedriger und der shutterspeed sollte immer die doppelte frame rate sein was du sozusagen jetzt drin hast 4k 30 fps shutterspeed auf 1 zu 60 damit du so ein bisschen die ganze spielfilm artige bildgeschichte so ein bisschen raus kriegst wenigstens aus der drohne und da kannst du dann natürlich variieren zwischen den verschiedenen stärken der filter es gibt acht es gibt 16 es gibt 32 es gibt 64 jetzt sozusagen in meinem pack es gibt natürlich noch andere ansonsten haben wir natürlich bei der drohne schon mal den unterschied zwischen auto und jetzt vernünftig eingestellten shutter speed ist relativ windig heute deswegen wackelt die drohne ein bisschen aber du kannst natürlich dann auch noch mal mit der iso ein bisschen höher gehen und den shutterspeed dann noch mal auf angleichen auf 120 also ein bisschen mehr da hast du naja kannst du wie gesagt deine bilder so ein bisschen versuchen zu korrigieren ich finde es besser bei 1 zu 60 und naiso mit 100 da ist es ein bisschen dunkler aber dafür kontrastrechter wenn wir jetzt mal den normalen modus wieder anschalten dann zeigt er uns natürlich wieder diese digitale schärfe und ich finde das persönlich dann ein bisschen besser mit der art von iso einstellung es ist jetzt ein 32 filter drauf und der 32 filter der ist schon bei der sonneneinstrahlung die wir jetzt haben relativ vernünftig man kann natürlich auch noch ein 64 aufstecken und genau das wäre jetzt mal tun und du siehst jetzt haben wir ein 64 drauf und jetzt kann man den shutterspeed sogar auf 1 zu 60 lassen und mit der iso ein stück höher ist es noch nicht richtig überbelichtet hier ist es schon ziemlich dunkel also ich sag mal jetzt kannst du mal den vergleich machen zwischen pro und auto du siehst das auto bild ist kontrast ärmer und wenn du jetzt hier im pro modus bei der einstellung bist dann bist du wirklich kontrastreicher mit einem nd filter und genau das will man ja erreichen dass man wirklich hier im bild kontraste hat und nicht so ein helles verwaschenes bild wie hier eine automatik was sozusagen dann nicht so gut aussieht du siehst natürlich dass du das in der normalen app steuerung nicht hinbekommst mit deinen bild einstellungen immer hier in die kamera einstellungen gehen da haben man nur die möglichkeit hier verschiedene bildgrößen auszusuchen die fps anzahl und andere dinge aber du kommst natürlich hier nicht in deine bild einstellung rein also mit dem handy funktioniert die ganze sache für den nd filter dass man hier bild einstellungen manuell tätigen kann überhaupt nicht aber ich finde selbst wenn du hier mit der app arbeitest und dem telefon und der dj neo ist das dann doch schon kleiner unterschied ob du nun nd filter drauf hast oder keinen nd filter drauf hast selbst im automatik modus finde ich das bild mit nd filter bisschen kontrastreicher als ohne nd filter könnt ja mal reinschreiben in die kommentare wie ihr das findet und ich sag mal die investition denke ich lohnt sich von 40 euro oder 30 euro für nd filter je nachdem wie viel du haben willst um hier wirklich ein bisschen kontrastreicher arbeiten zu können bei dem bild der dj neo prinzipiell habe ich das ziel erreicht was ich mir hier sozusagen mit nd filter gesetzt habe und bin mit der bildqualität zwischen auto und pro und meine einstellung wirklich zufrieden kann sagen das gefällt mir richtig gut kontraste sind hier wirklich besser als bei der automatischen einstellung von dj und da kann man vielleicht ein bisschen mehr bildqualität rausholen man sieht sie am himmel da sind mehr wolken drin im pro modus also man sieht die weißen wolken und man sieht natürlich wenn wir es raus machen dass das alles so ein bisschen verwaschen ist am himmel und das kannst du dir wie gesagt immer noch ein bisschen besser regulieren wenn du jetzt bei deinen einstellungen hier noch ein paar sachen reguliert bei mir sind es jetzt 200 an iso 160 an shutter und das ganze mit einem 64 nd filter bei wirklich strahlendem sonnenschein das ganze hier am mittag gefilmt und wenn du am strand bist oder irgendwo wo es wirklich richtig viel sonne gibt wie zum beispiel auch im winterurlaub dann im schnee und ein sonntag dann brauchst du definitiv schon mal ein 64 er wenn nicht sogar 128 nd filter um das ganze hier so ein bisschen kontrastreicher zu gestalten ja und das war so eine kurze vorführung wie das ganze vielleicht besser geht mit nd filtern dass man hier den kontrast noch ein bisschen besser anhebt und ein paar normale einstellungen machen kann du kannst natürlich auch ohne nd filter hier in die manuellen einstellungen reingehen und dein bild ein bisschen kontrastreicher zu gestalten es ist aber einfacher mit einem nd filter weil du musst dann nicht mehr beim shutter speed so hoch weil du hast dann schon mal eine sonnenbrille direkt vor deiner drohne und ich finde es wie gesagt optimaler ist zwar bei einer drohne für 200 euro ein einsatz von 40 euro jetzt gerade für die nd filter ich sag mal dass ein viertel vom preis wenn man so will aber man möchte eine ordentliche bildqualität haben und deswegen bin ich der meinung dass das wirklich mit nd filtern ein bisschen besser läuft ich danke dir fürs anschauen sehr gern bis zum nächsten video und ich sag tschüss bye bye und winke winke